Ja Leute und willkommen zurück zum zweiten Teil Resident Evil 7 Bi-Hazard. Wir wurden ja in der letzten Folge K.O. geschlagen, nachdem wir unsere Freundin nach gefühlten 500 Mal gekillt haben. Und jetzt sind wir gespannt wie es weitergeht. Also, ich bin's auf jeden Fall. Ich hoffe ihr auch. Los geht's. Wow. Hat der meinen Arm repariert? Der wurde uns ja abgesägt. Das ist ein netter Mann. Jetzt kann ich, dass wir auch Doktoren da haben. Oh, wow, all you people. Where's Mia? Edith, es ist gut. Stump, sonbich. Wundt noch gut, wenn wir ihn verraten. Lukas! Whoa. Oh, nein, nicht wieder! Hit-Boys hat ihn zu essen. Er hat ihn zu essen. Komm her, boy. Just do it. Shit, oh shit, oh shit, er hat ihn nicht zu essen, er hat ihn nicht zu essen. Shut the hell up, Margarine. Ich habe das für ihn gemacht. Get the hell out of here. You're a son of a bitch. Oh, ich kann nicht glauben, er hat ihn nicht zu essen. Er hat ihn nicht zu essen. Er hat ihn nicht zu essen. Wunderschön. Das ist ein spezieller Feast. Oh, boy. Ist ein bisschen asynchron, oder? Das ist natürlich jetzt echt schade. Goddammit. I'll bet it's that cop again. Goddammit. Figs. I'm coming back for you. 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 Was zur Hölle? Moment, ich muss mal grad was probieren. Weil das ja da ein bisschen asynchron ist. Versuche ich mal das ein bisschen hier umzustellen. Variable G-Sync. Ja, 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 ja. Der Rest passt. Na, so. Ich denke mal, dass das jetzt besser laufen wird. Jo. Guckt die mich an? Ich glaube, die guckt mich hier echt an, oder? Jo, Oma. Äh. Fuck you! Okay, das ist die Küche. Äh. Sehr, sehr schön. Was ist nur los mit den Leuten? Warum... Warum sind die so? Es wirft echt ein ganz schlechtes Licht auf alle anderen Hillbillys. Boots. Aha, okay. Evelyn. Oha. Habe ich... Ja. Kraut. Säge, Seil, Tierhalsband. Netto, Steuer, Brutto. Wow. Die betreiben aber hier einen ordentlichen Aufwand. Ach, Munition, das ist gut. Wie eine richtig schöne Surroundzone-Anlage. 4 nach 10. Was kann ich hier wohl machen? Irgendwas... Muss es hier auch geben, was ich da benutzen kann. Werden wir das schon benutzen kann. Okay. Äh. Ja. Oma, du nervst. Kann ich sie wegschieben? Nein. Der Küchrank ist auch noch offen. Äh. Ne, machen wir mal lieber zu, die Kiste. Sollen wir mal direkt versuchen hier runter zu gehen, oder was? Geht ja auch nicht. Ist auch verschlossen. Verdammt. Okay, die einzige Möglichkeit ist jetzt noch hier lang zu gehen. Ja, da geh ich noch nicht durch. Ich guck mich erstmal hier rum. Um. Frau-Marchin ist ja auch noch schön am chillen. Das ist gut. Oha. Auch nicht offen. Öff... 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 Öffenbar? Öffenbar? Wie heißt denn das gerade? Nicht, nicht, also verschlossen. Ist das verschlossen? Mit der Hand kann ich es nicht öffnen, okay? Das ist doof. Das ist sehr, sehr doof. Vielleicht hier links rum? Verschlossen. Fuck. Er geht hier lang. Fuck, 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 fuck. Was soll ich machen? Nein, dachte ich nicht, dachte ich nicht. Dachte ich nicht. Verpiss dich. Nein. What the fuck? Nein. 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 Fuck, wo soll ich hin? Ja, mach es doch nicht kaputt. Nein. Left-Button, wir blocken, okay? Ich will deine Familie nicht sein. Achso, so kann ich blockieren. Blockieren, blocken. Äh. Äh. Wie hat er es mich gefunden? Kann gar nicht sein. Nein. 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 Oh, fuck, fuck. Nein. Oh, lass mich doch einfach. Oh, der ist verrückt. Oh Gott. Wie zum Teufel? Wo bist du denn? Wo bist du? Nicht hier. Ja. Oh Gott. Geh raus, komm raus, woher du bist! Nein. Geh. Nicht hier hin. Nein. Leave Britney alone. Nein. Nein. Stay. The. Fuck. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Where's my little Ethan? Nein. Ist er hochgegangen? Er ist hochgegangen. No way out, you know. Hekt er schon. Yeah, Piggy, Piggy, Piggy. Oh, wo ist der? Oh Gott, ich... Ich versteck mich hier wie so'n... Wie ein Huhn! Ich hab nicht mal ne scheiß Feuerbrille auf und ich guck die ganze Zeit um die Ecke. Wie findest du? Ich... ich find das... ich find... ne, ne, ne. Okay. Ich glaub, wir haben andere Ansichten, was Spaß betrifft. Lieber nicht. Nein. Ich werde dich schrauben. Ich hoffe, Margarita... Fuck, 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 fuck! Nein! Yeah, I dodged you, motherfucker! Oh, jo. Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen. Ich hab echt... Wohin? Ich weiß nicht, wohin. Ich weiß nicht, wohin. Nein. Oh Gott! Ich weiß nicht, wohin. Ich brauch'n Schlüssel. Ich brauch'n Schlüssel. Ich brauch'n Schlüssel. Ich brauch'n Schlüssel. Hier war'n Schlüssel. Ich komm'n. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich komm'n... Ich komm'n hier nicht mehr richtig raus. Es wird nicht lange, denn ich finde dich und töte dich! Oh, ich kann dich riechen! Aber da ist auch nichts. Ich finde dich, oder? Ich finde. Oh, ich find's nicht. Du kannst nicht von mir gehören, Junge! Ah. Jetzt muss ich nur noch den Weg zur Klappe finden. Beziehungsweise, ich hab den Weg, ja. Ich muss nur schnell, schnell sein. Schnell hier rein. So. Okay. Okay. Also, ich würde jetzt mal nicht sagen, ich bin safe. Aber... Safer als eben. Guck, was sie hier für Müll überall haben. Eine antike Münze. Eine antike Münze, so. Oh, der läuft hier die ganze Zeit... Irgendwo rum, ey. Irgendwo rum, ey. Oh, speichern. Das ist... Speichern ist immer schön. Das ist, äh... Echt toll. Versorgungskiste, Fertigungsmünze. Okay. Machen wir mal da rein. Okay. Sie enthält etwas, was hier nützlich sein wird. Tropazierfähiger. Wir haben ja noch Platz. Untersuchen. Okay. Kraut, Erz. Hilfearznei. Starker Erz. Hilfearznei. Oh, geil. Aber... Wer ist Zoe? Das ist ja die Frage. So, wieder zurück. Okay. Kraut müssen wir erstmal benutzen. Kraut müssen wir erstmal benutzen. Ah, da. Genau. Okay. Puh. Die Miefen furchtbar. Auf jeden Fall. Ah. Kraut, flüssige Chemikalie. Hier. Wahrscheinlich wird dadurch, ähm... Ach so. Ach so. Erste Hilfe hier mit Kalia. Machen wir das mal, ne? Gott. Wir haben das schon mal zusammengebraut. gut. Das ist sehr gut, dass wir jetzt auch wissen, wie es funktioniert. Für die Zukunft ist das ganz interessant. Telefon. Funktioniert das wohl? Okay. Eher nicht. Ach so scheiße. Okay. 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 Da ist was drin. So. Nehmen wir mit. Nämlich dem Dietrich. Und mit dem Dietrich können wir Dinge aufmachen. Das werden wir jetzt direkt mal probieren. Äh, wo war das doch mal? Irgendwo konnte ich doch etwas öffnen. Bzw. jetzt noch nicht, aber jetzt gleich. Hier war das. Äh. Ich glaube da. Ja. Jetzt gehen wir. Ja. Ja. Irgendwann. Ja, du. Ja. Hold on, back up. Now, sir, do you live here? I mean, is this your property? What? Me? No, no. Alright, now we got several calls about some missing persons. You don't understand. I gotta get out of here. Calm down. You're not listening to me. There are crazy people in this house trying to fucking kill me. Well, alright, let me tell you this. You don't exactly seem like you're playing with a full deck yourself, alright? Are you kidding me? Look, like I said, we've had several missing persons calls. And I can't rule out that an outsider like yourself may not be involved. Alright, I'll tell you whatever you want. Alright, now that's more like it. Now, meet me in the garage. We'll talk there. Hey, wait. You gotta give me your gun. You must have lost your mind. Look, officer. Deputy. Right. Deputy. Do you want to see my name in the obituaries? Or do you want to be a hero and save my life? A fucking pocket knife? Here. Take it. That's all you gonna get. Now go. Garage. Now. Aber, äh... Ich würde mal sagen, immerhin, ne? What am I gonna do with a knife? Okay. Mit einem Messer werde ich jetzt... Aha! Schaden anrichten. Und ich werde jetzt das fucking Klebeband hier zerstören. Nice. Hey, we gotta get the fuck out of here. Now first you need to tell me what you're doing out here alone in the middle of the night. Me? What about you? No, it's my job. Won't you do your job and tell me. Answer my questions. You're not gonna believe me if I told you. Track. Hey! Put that door back up! Put that door back up! Wait! Fuck it! I'm gonna kill everyone out of here. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Bin ich tot? Ich bin gestorben. Natürlich, nochmal, nochmal. Ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Puh, Leute. Hammerhart. Das ist... Ich bin gestorben. Hey, wir müssen hier rauskommen. Erstmal, du musst mir sagen, was du hier alleine machst, in der Mitte der Nacht. Ich? Was für dich? Das ist mein Job. Ich will, du musst dir deine Jobben und erzählen mir. Antworten meine Fragen. Du kannst mir nicht glauben, wenn ich dich erzähle. Ich versuche. Hey, schau mal die Tür! Schau mal die Tür! Schau mal die Tür! Warte! Was lachst du so? Oh, nein! Hör, ich würde sie rausgehen. Oh, nein! Oh, nein! Ah! 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 Oh, nein! Ah! Okay, okay. Was? 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 Er fährt einfach mit seinem Karren in der Garage wie ein Verrückter? Was? Alter Schwede. Put that door back up! Wait! Fuck it! I'm gonna kill everyone of you! Ha 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 ha! Nein! Ich kann in die Plattform! Wo ist er? Scheiße! Ich will mir dein Gefühl! Nein! 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 Ach du Scheiße! Yeah! Oder? Das ist gut! Äh... Ist... Wow! Jaaaaaa! Aber natürlich! Ja... Oh Gott! Jetzt schau dir was du hast! What the fuck? Man, 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 ey, ist das ein harter Motherfucker. Ah, da, okay. Ich seh schon. Ich nehm mal die Leiter. Kann ich die Leiter nehmen? Das gibt's nicht. Ey, was ist los mit dem? Der ist immer tot und dann nicht. Und dann tot und dann wieder nicht. Und dann verblutet der und dann wieder nicht. Oh. Cool. Ich hab ne Ochsenstapel mitgenommen. Das find ich klasse. Also das ist ein dreckiger Scheiß, gell? Das kann ich euch sagen. Ja, der Tisch war doch kaputt. Äh, ich muss mal grad hier gucken. Äh, ich hab eine Verteidigungsmünze. Äh, Verteidigungsmünze. Kugeln. Und eine Ochsenstatue. Wo kommt die wohl rein? Das ist hier die Frage. Vielleicht hier? Ja. Yeah. Tür ist offen. Oha. Die sind überall. Schießt auf mich. Ah. Das ist ja wie bei Resident Evil 4 mit den, mit diesen kleinen Dinger da, die man abschießen muss. Und dann kriegst du ne gute Waffe. Vorm fliegenden Händler. Oha. Did my daddy give you a hard time? That's your father? He used to be. I'm sorry, but he's dead now. You just might be able to pull this off. What? Pull what off? There's something I need you to do, but I can't explain it right now. You may need some sort of keys to do it, but find a way out of the house. Okay. I'll be in touch. Oh, Leute. Das Spiel, das schafft mich wirklich. Das ist so geil. Ich hoffe, es hat euch bisher Spaß gemacht. Und ich will jetzt eigentlich gar nicht so viel drum rumlabern. Freut euch auf den dritten Teil. Und bis gleich. Ciao. Ciao. Vielen Dank.